Liebe Freunde der Poesie, herzlich willkommen bei Vorsicht Lyrik. Heute mit einigen berechtigten Fragen. Haben Sie jemals, haben Sie jemals Vermögen vermehrt? Haben Sie jemals Stravinsky gehört? Haben Sie je eine Reise gemacht? Haben Sie jemals von Herzen gelacht? Haben Sie jemals den Traumjob gekriegt? Haben Sie jemals sich selber genügt? Haben Sie jemals an Hausbau gedacht? Haben Sie jemals von Herzen gelacht? Haben Sie jemals die Richtung verloren? Haben Sie je sich die Liebe erkoren? Haben Sie jemals Geschichten erdacht? Haben Sie jemals von Herzen gelacht? Haben Sie jemals den Kummer gekannt? Haben Sie jemals eine Wand eingerannt? Haben Sie es dahin gedreht, dass es kracht? Haben Sie jemals von Herzen gelacht? Haben Sie vor dem Gedicht resigniert? Haben Sie es denn bis jetzt nicht kapiert? Haben Sie gar nicht erkannt? Haben Sie gar nicht erkannt, was es macht? Haben Sie jemals von Herzen gelacht? Nein? Dann bitte jetzt! Jetzt! Hahaha! Jetzt! 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 Jetzt!